Herzlich willkommen zum Ladies Network Adlershof. Wir begrüßen hier gerne Schülerinnen im Rahmen der VIP-Tour der langen Nacht. Leider in diesem Jahr nicht, aber wir würden uns schon sehr freuen, sie im nächsten Jahr im Juni begrüßen zu können. Das Ladies Network Adlershof ist ein Zusammenschluss von Wissenschaftlerinnen und Unternehmerinnen hier im Gelände von den Forschungseinrichtungen und den Universitäten. Unser Ziel ist es, Frauen in den MINT-Berufen besser sichtbar zu machen und weibliche Karrieren nachhaltig zu stärken. Diese Grafik zeigt uns die aktuelle Situation. Die Frauen- und Männeranteile im Qualifikationsverlauf vom Studienbeginn bis zu den Professoren und etablierten Wissenschaftlern. Daran kann man sehen, dass bis zu den Abschlussprüfungen im Studium die Frauen mit gleichem Anteil dabei bleiben und wir dann aber leider eine sogenannte Leaky Pipeline haben, aus der Frauen immer weiter heraustropfen und der Männeranteil in den qualifizierten Stationen der Wissenschaftskarriere immer mehr zunimmt. Das wollen wir verhindern. Und unsere Veranstaltung hier gibt Ihnen Tipps und Tricks, wie wir das verhindern können und wie auch wie Sie erfolgreich eine Karriere in der Wissenschaft starten können. Kommt, besuchen Sie uns am 5. Juni 2021 und dann können Sie das hier erleben und auch einen wunderbaren Ausblick über Adlershof genießen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017